Hallöchen, heute möchte ich euch Chill-Out vorstellen. Chill-Out-Zombies. Checken wir gleich mal ab, was hier so geht, was wir machen müssen. Habe ich keine Peilung. Oha, nach oben dürfen wir nicht. Alle, klar, wissen wir Bescheid. Haben wir erstmal wieder was gelernt. Probieren wir gleich nochmal aus, ob wir das nochmal besser machen können. Ich bin gespannt. So, hallo, was ist hier ein gratis E-Chank oder was? Da checken wir auf jeden Fall auch gleich mal die Lage. Gucken, was da so drin ist. 400 Schleifen nehmen wir natürlich mit. So, dann probieren wir gleich nochmal. Ich bin gespannt, was wir hier so reißen können. Ja, wir müssen probieren, den nirgendwo gegen zu hauen, oder doch? Doch, dann kriegen wir Punkte. 13 Uhr, Mann, Mann, Mann. Was hatten wir vorher, 21? Ich würde sagen, jo, dann probieren wir gleich nochmal. Gucken, ob wir nochmal überbieten können. Das wäre auf jeden Fall lässig. Jetzt würden wir ja weiter machen müssen. Ah, da sind so Metallkisten. Ah, da sind so Metallkisten. Die dürfen wir bestimmt nicht treffen. Oben gegen 35. Auf jeden Fall war das relativ gut, denke ich. Also für das dritte Mal ist es schon okay. Ich weiß ja nicht, was ihr für einen Rekord habt. Schreibt da mal in den Kommentaren. Wäre eine geile Sache. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir auch durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschö.